was man zu dem thema sagen sollte so ist nicht so dass wir uns seit gestern oder seit vorgestern ich wusste es ich sage euch ehrlich ich habe die zeit unglaublich vermisst ich habe mein guter unglaublich vermisst und viel zeit ist vergangen viel zeit musste vergehen es ist auch gut so wie alles passiert ist alles hat schon seinen grund und ja und ich glaube es ist so an der zeit der leuten da draußen mal endlich zu sagen also das nächste woche die erste single wir machen das ein bisschen kurz und knapp damit wir das nicht in die länge ziehen nächste woche kommt die erste single zu unserem kommenden album ultra plus ultra muss wird erscheinen 16 9 kommt ultra plus raus der zweite teil von super plus ich freue mich unfassbar krass also ganz kurz noch einmal wir sind freunde seit über 15 jahren okay wir sind keine geschäftspartner die sich irgendwann kennengelernt haben mit dem und dem und dem und dem sondern wir sind freunde wir sind freunde so und dieses album ist auch nicht entstanden weil wir gesagt haben okay alles klar wir müssen jetzt das und das bringen oder das und das machen oder dies und jenes machen nein es ist entstanden weil wir uns erst mal getroffen haben wir haben uns getroffen wir haben miteinander gechillt danach waren wir unterwegs und wir haben nur gechillt alter wir waren auf mabea wir waren london kroatien barcelona wir waren überall und wir haben gechillt ich habe mit diesen menschen gechillt so in der in der zeit in der zeit wo ihr geschrieben habt die suna hat jetzt das gesagt gegen den suna hat jetzt das gesagt gegen az und das und das ist jetzt passiert bei den beiden in der zeit haben wir zusammen gechillt wir haben zusammen zeit verbracht so da ging es auch nicht um musik wir haben kein einziges mal über musik geredet der hat der hat recht und das stimmt einfach genau so wie er sagt so ich habe ihn genauso vermisst und ich freue mich unfassbar krass alter nächste woche 23 um 23 59 hoffe ich habe richtig gesagt kommt die erste single macht euch ready und durch popcorn popcorn holen alter und volle popcorn geile getränke und genießt die show einfach okay 23 23 da geht es los allererste single ihr werdet jetzt tagtäglich werdet ihr das mitbekommen jetzt haben wir auch alter wir waren einfach wie so wie so eine affäre alter die keiner sehen darf so weißt du meine und jetzt sind wir endlich wieder können können wir endlich rausgehen alter so wir haben super brutal laden aufgemacht mitten in pichtina heute ist grand opening eröffnung in der lit lounge in pichtina ich freue mich suna ist dabei ich bin dabei kommt alle vorbei und ja mann und auf jeden fall merkt euch ultra plus ultra plus kommt ultra plus kommt 16 16 9 nächste woche kommt die erste single es geht rund